Oh mein Gott, meine Schwester ist so sauer auf mich. Okay, wieso denn? Hab ihre heilige Schokoladentafel aufgegessen. Uuuuh, das ist aber auch böse Svenja. Naja, welcher normale Mensch hortet denn bitte drei Tage lang seine Schokolade im Schrank? Normalerweise kauft man sie im Supermarkt und innerhalb von 24 Stunden wird sie gegessen. Weil, wozu hat man sie denn sonst gekauft? Damit sie im Schrank rumgammelt? Na lecker. Du bist ja so verfressen, meine Güte. Ist deine Schwester denn immer noch sauer auf dich? Oder konnte sie dir dieses herbe Verbrechen verzeihen? Naja, ich habe sie eben mal mit meiner Nase angestupst und gesagt, Hihi, ich bin ein Specht. Verzeihst du mir? Sie antwortete, du bist wohl eher ein Spast. Und nein, kannst mir erstmal eine neue Schokolade kaufen. Tja, wegen solcher Dinge entstehen ganze Familienkrisen.